dann kommt jetzt echt langsam zum großen finale die gothic bridge central park 94 straße nacht da ist die tür jetzt bin ich aber wirklich gespannt jetzt geht's los leute ja das würde ich wohl auch meinen treten oder öffnen nein wir werden einfach mal öffnen wow ok los wir wagen es rein ach du scheiße was tim what the hell are you doing here good evening sheriff i'm here to take you to the boss thanks by the way for leaving off tiny tiny tim you'd think i'd have outgrown that centuries ago i have to admit when they asked me to watch the door i wasn't sure what to expect when you came through that portal i know you aren't here on a social call hold on you've just been waiting for me to show up you knew i was coming that's what they told me i don't know they said you made it pretty clear i'm supposed to bring you right on in so if you'll come this way look this is the one thing i have to do please don't make this hard on me fine lead on alter dieser ort ist echt thanks for understanding this is all i'm here to do and i don't want to mess it up i know i'm probably the last person you'd expect to be a guard or an escort for that matter i was a little surprised myself when they asked me to do it tim how can you be working here you know who this guy is don't you he's not he's not as bad as you think he doesn't treat me like some broken little kid i think he gets what it's like he gave me a job and i'm lucky to have it this is the only option i've got just keep that in mind maybe because if you and the boss go up against each other the rest of fabletown is going to get caught in the middle don't you realize you're not just minding the door you work for that crooked bastard your hands get dirty too it's not so bad not so bad are you fucking blind tim he's a murderer so you're telling me you agree with everything crane does a lot of us depend on him some of us never get to the front of the line at the business office but he's there we need you but we need him too what we don't need is a war hey sheriff hold up i gotta go in with you can't you just wait up sheriff hold on thanks give me some breathing room will you it's the wolf i got a problem you needn't worry he'll come around and like cream before him i'm sure he will prove himself bloody hell this fucking guy i was wondering when you turn up sorry sir he wouldn't let me it's alright tim i should have expected the sheriff to give you respect enough to do your job but you did fine you can go now you see everyone in fabletown has a rule to fill you just have to pay attention to what they need to help them find it why don't you have a seat sheriff we have a great deal to discuss that's next time by the wolf among us i've heard stories about you in the old days how you picked up those men one by one oh how he screamed the wolf is coming and they would wait hiding anywhere they could squeeze their pathetic shivering corpses some would just drop to their knees where they stood close their eyes and wait for death and you give it to them i wish i could have seen it oh well ach du scheiße hier sind nochmal alle bewertungen und so weiter und ja am meisten habe ich eigentlich alles gute gemacht nur die wenigsten haben ihn gedroht er war ganz ehrlich das was sie gemacht haben und das alles das rechtfertigt gar nichts auf jeden fall boah alter nur noch mehr eine episode dann ist die geschichte vorbei jetzt kommen wir dann ins große finale vielen dank fürs zuschauen warte ich mache mal da diesen end screen da gleich so da ist er auch schon der abspann und sage ja mal vielen dank fürs zuschauen liebe zuschauer wieder für the wolf among us ich spiele die person ja immer durch damit wir dann gleich fertig sind und ja allein schon dieser verkäufer hat uns schon die ganze zeit angelogen alter wenn wir nicht hartnäckiger wären dann würden wir den fall ja niemals aufklären können deswegen bin ich ja immer so hart weil mit reden selber bringt es meistens nicht weiter und alter jetzt wissen wir wenigstens wer die feinde sind wir werden sie dann erledigen oder auch nicht ich kann jetzt ein guter wolf spielen oder böser wolf werden wir sehen wie ich das nächste mal drauf halt eben lust habe und ja das wird dann der zukunftsfil dann überlassen und auf jeden fall sehr spannend und boah alter ich kann mir fehlen echt die worte also das ist echt ein unfass unfassbares geiles game und wir kommen dann in der nächsten episode 5 dann halt immer in der letzten ins große finale nochmals vielen dank fürs zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten letzten episode es bleibt spannend und schaltet auf jeden fall ein sonst verpasst ihr etwas ciao und bis zum nächsten mal euer sheriff phil ja Rieal. 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 Rieal.